Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute schauen wir uns mal an, wie man mit einem Limiter seinen Song auf die richtige Lautstärke für Streaming-Portale wie zum Beispiel YouTube, Spotify oder auch iTunes bekommt. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und heute wird's wohl oder übel theoretisch werden. Denn wenn man seinen Song mit einem Limiter auf den richtigen Level, also auf den Level der verschiedenen Streaming-Dienste bringen möchte, auf die Lautheit, die bei den verschiedenen Streaming-Diensten zugelassen ist, bringen möchte, dann muss man ein kleines bisschen Basiswissen mitbringen, ein bisschen Theorie und ein bisschen Theorieverständnis vor allem. Wenn man nämlich das Metering-Tool, das Mess-Plugin, richtig auslesen möchte, um die richtige Lautheit einzustellen. In dem Zusammenhang fällt immer der Begriff LU. LU steht für Loudness Unit und das ist im Prinzip nichts anderes als ein dB. LU FS ist dann aber der längere Begriff. LU FS bedeutet Loudness Unit Full Scale und bedeutet, dass die mittlere Lautheit eines Songs gemessen wird an der Full Scale. FS bedeutet die 0 dB-Linie, die oberste Linie, die ja in unseren digitalen Systemen existiert. Das heißt, die Lautheit sollte einen gewissen Pegel nicht überschreiten, gemessen im Vergleich zum oberen 0 dB Limit. LU FS bedeutet das Ganze, oder damit wird es bezeichnet. Und da wir hier über die gemittelte Lautheit reden von so einem Song, wird die über einen gewissen Zeitraum gemittelt. Bei dem LU FS-Verfahren wird ein bestimmter Frequenzbereich auch berücksichtigt. Das heißt, es wird nicht der komplette Frequenzbereich gleich gemittelt, sondern es werden die Bässe etwas weniger gewertet. Dafür werden die Mitten etwas höher gewertet, weil unser Ohr die Mitten deutlich stärker wahrnimmt als zum Beispiel Bässe. Und die Höhen werden auch ein bisschen stärker gewertet. Das heißt, das LU FS-Verfahren misst deutlich näher an unserem Hörverhalten und ist damit ein Referenzwert, der dann am Ende des Tages dabei rauskommt, mit dem man auf jeden Fall sicherstellen kann, dass man eine gewisse Lautheit eines Titels erreicht hat und damit auch nicht überschreitet. Die Notwendigkeit, dass eine feste Lautheit für verschiedene Titel festgelegt wurde, hat zunächst die EBU, die Europäische Broadcast Union, festgelegt. Weil wir hatten eine Zeit lang ja das Phänomen, dass wir bei der Werbung zum Beispiel im Fernsehen, dass die Werbung immer unglaublich laut gemacht wurde. Weil je lauter der Track oder je lauter die Werbung, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt es. Das heißt, man musste, wenn die Werbung kam, immer ganz schnell leiser machen. Und wenn der Film weitergeht, musste man ihn lauter machen, weil der Film einfach nicht so laut sein konnte wie die Werbung. Da hat die Europäische Rundfunkunion also gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass alles, was bei uns gezeigt wird, ungefähr die gleiche Lautheit hat. Das heißt, der Film soll die gleiche Lautheit haben wie die Werbung, damit man nicht immer laut und leiser machen muss. Und hat einen gewissen Wert festgelegt und auch dieses Messverfahren festgelegt, dieses LUFS-Verfahren. Und das haben sich dann einige Streaming-Dienste auch anheim genommen und haben gesagt, nach dem Verfahren messen wir jetzt auch und legen einfach für unsere Dienste auch einen gewissen Wert fest, nachdem hier bei uns die Songs bemessen werden. Und da sind dann verschiedene Werte dabei rausgekommen. YouTube sagt zum Beispiel, ein Song sollte gemittelt in der Lautheit nicht lauter als minus 14 dB sein. Ich habe jetzt DB gesagt, nicht LU. Gemeint ist das Gleiche, ein DB ist gleich ein LU. Nur mit LU ist ja dieses Messverfahren gemeint. Und wenn ich jetzt, nimmst du mir das natürlich übel, wenn ich mit DB und LU durcheinander komme, es ist fast das Gleiche, aber es meint, die Bezeichnung ist auf jeden Fall ähnlich. Also minus 14 DB, nein, minus 14 LU ist die richtige Bezeichnung, bleiben wir am liebsten auch dabei. Also ein Song sollte in der mittleren Lautheit nicht lauter sein als minus 14 LU bei YouTube. Bei Spotify sind es auch minus 14 LU und bei iTunes sind es sogar minus 16 LU, die ein Song in der mittleren Lautheit haben sollte. Und die wird gemessen von Anfang bis Ende des Songs. Das heißt, der gesamte Song wird genommen und die mittlere Lautheit sollte nicht lauter sein als minus 16 LU bei iTunes. Und jetzt gibt es noch verschiedene Messmethoden, die von den verschiedenen Plugins angezeigt werden. Gemeint sind damit aber nur unterschiedliche Zeiträume. Es gibt den LUFS-M, die M-Methode. Das ist die momentane, auf die letzten 400 Millisekunden gemessene Methode. Dann gibt es die LUFS-S für Short, für die letzten drei Sekunden die Messmethode. Das heißt, ein etwas langsamerer Ausschlag im Plugin. Und dann gibt es den LUFS-I Integrated. Und der bedeutet, das ist der wichtige Wert eigentlich, der LUFS-I-Wert. Der bedeutet, der Song gemittelt in der Lautheit von vorne bis hinten einmal durchgemessen. Der Wert sollte für deinen Song nicht lauter als die drei Werte sein, die ich gerade genannt habe. Also minus 14 dB bei YouTube und Spotify und bei minus 16 bei iTunes. Wie man das genau einstellt beim Limiter, das zeige ich dir jetzt gleich in der Session. Mit welchem Plugin ich das messe, zeige ich dir auch gleich in der Session. Das ist nämlich das Julian Metering Plugin. Das zeige ich dir gleich. Ein Link dafür auf jeden Fall. Das ist ein kostenloses Plugin unten in der Videobeschreibung. Ich habe dieses Plugin gewählt, damit ich für alle DRWs, also solltest du andere DRWs benutzen als ich, benutze Logic in diesem Fall. Aber solltest du eine andere DRW nutzen, dass du die gleichen Messvoraussetzungen haben kannst, die ich jetzt gleich auch zeige. Also zumindest das gleiche Plugin. Julian, Beschreibung unten in der Videobeschreibung. Nein, den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Wir schauen jetzt mal in die Session rein. Verpassen nicht die Frage der Woche danach noch und wir gucken jetzt mal in die Praxis. Also ab geht's. Und dann sind wir schon in der Session und wie ich gesagt habe, diesen Song, den ich jetzt gerade aufgemacht habe, den wollen wir heute mal mit einem Limiter auf einigermaßen vergleichbares Level kriegen. Ein Limiter ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Kompressor, der das Signal ab einer gewissen Lautstärke einfach stumpf so stark komprimiert, dass man im Prinzip sagen kann, er kann alle Spitzen auch da abschneiden. Ein Brick Wall Limiter, wie man so schön sagt, ist eine Brick Wall ist ja eine gemauerte Wand. Das heißt, alles was gegen die Wand fährt, wird nicht weitergelassen. Und so sorgt der Brick Wall Limiter dafür, dass auch die einzelnen Peaks dieses Tracks nicht lauter werden als die Stelle, die wir da einstellen. Ich mache das heute mal am Beispiel des Precision Limiters von der UAD. Und hier kann man verschiedene Sachen einstellen. Das ist bei jedem anderen Limiter Plugin, aber letztendlich sind die Parameter dieselben. Ich zoome hier mal rein. Wir haben hier die wichtigsten Parameter nämlich schon vor Ort. Einmal hier den Input. Wenn ich den hochregle, dann wird der Song automatisch lauter. Und der Limiter wird dafür sorgen, dass alles oberhalb einer gewissen Lautstärke dann abgeschnitten wird. Die stelle ich hier ein bei Output. Manchmal heißt das auch Ceiling oder Top oder sonst was irgendwie. Auf jeden Fall gemeint ist damit die Grenze, wo kein Peak drüber hinausgehen soll. Ich stelle den normalerweise bei minus 1 erstmal ein. Minus 1 dB. Ich möchte nicht, dass die Peaks lauter werden als minus 1 dB. Und wenn ich jetzt mit dem Input-Regler den Track hochregle in der Lautstärke und in der Lautheit damit auch, dann werden alle Peaks bei minus 1 dB abgeschnitten. Alle weiteren Parameter, die dieser Limiter mitbringt, sind erstmal unwichtig. Und das gilt für alle anderen Limiter-Plugins letztendlich auch. Ich arbeite normalerweise nur mit der Ceiling oder mit dem Output, wie es hier heißt, und mit dem Input und regle dann einfach dagegen. Alle anderen Parameter sind erstmal, zumindest um die Lautstärke zu beeinflussen und die Lautheit zu beeinflussen, irrelevant. Es gibt noch verschiedene Messmethoden, die jetzt hier auch angezeigt werden. Bei diesem Limiter, bei anderen Limitern auch. Ich möchte aber die Lautheit heute mal nicht hier vom Limiter messen lassen, sondern von dem Julian-Plugin, wie ich es schon gesagt habe. Und der Julian-Lautness-Meter hier, da steht zwar Beta, aber auf der Homepage vom Hersteller wird darauf hingewiesen, dass die Beta deutlich stabiler läuft als die ursprüngliche alte Version. Also ladet euch dieses Plugin frei runter, unten der Link in der Videobeschreibung. Und dann können wir alle mit den gleichen Mitteln messen, egal ob du bei Pro Tools unterwegs bist, Cubase, you name it, wie der Engländer so schön sagt. Wir haben jetzt alle die gleiche Messmethode. Und hier kann man schon einiges sehen bei dem Julian. Einige verschiedene Sachen. Auf der rechten Seite kann man zum Beispiel sehen, wie hier verschiedene Lautheiten angegeben werden in dB. Auf der linken Seite ja auch. Und hier steht dieses berühmte LUFS, ja, Loudness Units Full Scale, also die Loudness Units gemessen an der Full Scale, an der 0 dB Grenze. Und hier sind noch ein paar weitere Anzeigen. Einmal hier Short Term, das habe ich gerade schon gesagt. Short Term bedeutet, die letzten drei Sekunden werden gemittelt in der Lautheit. Dann Integrated, der wichtige Wert, wo angezeigt wird, wie laut der Song tatsächlich gemittelt über die komplette Zeit von vorne bis hinten ist. Dafür muss man ihn allerdings auch einmal komplett durchlaufen lassen. Das heißt, du kommst nicht drum herum, den Song einmal komplett von vorne bis hinten durchlaufen zu lassen, um herauszukriegen, wie die gemittelte Lautheit deines Songs komplett über die komplette Strecke ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Loudness Range bezeichnet darunter noch die Dynamik quasi zwischen der leisesten Stelle im Song und der lautesten Stelle. Und je größer natürlich die Loudness Range ist, umso dynamischer ist dein Song und umso peppiger klingt er dann auch. Peppig, tolles Wort, ne? So, wir haben darunter noch ein paar Anzeigen. Hier Momentary Max, das ist quasi der LUFS-M-Wert, den ich gerade schon angesprochen habe. Short Term Max zeigt an, wie der maximale Peak in drei Sekunden gemittelt ist. Und True Peak gibt an, wie laut tatsächlich der lauteste Peak gewesen ist. Und der sollte ungefähr bei minus 1 dB sein. Aber da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum. Wir lassen jetzt einfach mal erstmal den Song laufen. Ich mache den Limiter nochmal aus und wir gucken jetzt erstmal, wo wir überhaupt stehen. Ich starte mal und hoffe natürlich, dass ihr das Gehörte auch gefällt. Du sagst es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Doch ich höre dir nicht mehr zu. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer. Immer wieder, 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 immer wieder. Doch ich höre dir nicht mehr zu. So, soweit erstmal. Wir wollen ja nicht den ganzen Song durchlaufen lassen, aber wir haben schon einige Werte hier gesehen. Du siehst, der Short-Term ist jetzt hier ganz langsam runtergezählt, weil jetzt kommt ja kein neuer Input rein. Und der LUFS Integrated, der zeigt jetzt an, wie groß die Lautheit über die Strecke gewesen ist, die wir jetzt gerade abgespielt haben. Und die war minus 21 LUFS, also LUFS ist auch ein lustiges Wort, Lautness Units, Full Scale gemessen. Und dieser Richtwert, minus 21 DB LUFS Integrated, der sollte eigentlich bei, für YouTube in dem Fall, bei minus 14 DB liegen. Das heißt, ich kann nach dieser Anzeige mit meinem Limiter jetzt eigentlich erstmal dafür sorgen, dass ich den Song um 7 DB anhebe, damit ich auf minus 14 komme. Das ist jetzt noch nicht voll auf den Punkt, weil ich natürlich mich so ein bisschen rantasten muss. Ich will ja nicht jedes Mal den kompletten Song durchlaufen lassen, um wirklich den richtigen Wert rauszukriegen. Aber ich habe hier zumindest schon mal zwei Informationen, denn hier mit minus 21 LUFS ist es auf jeden Fall so, dass ich deutlich Spielraum nach oben habe, am Limiter also anheben kann. Und True Peak Max ist bei minus 6,7 DB gewesen. Wir können auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Limiter so eingestellt wird, dass wir zumindest mal die Peaks bei minus 1 DB abfangen. Wo habe ich den eingestellt? Ah ja, guck mal, hier ist er schon eingestellt. Bei minus 1 DB ist der Output eingestellt, das heißt, kein Peak geht über minus 1 DB. Und bei Input regeln wir jetzt einfach mal 7 DB rauf. So, 7 DB drauf. Das heißt, der Limiter hebt jetzt das Input-Signal direkt beim Eingang um 7 DB an, fängt aber die Spitzen bei minus 1 DB ab. Und wir gucken jetzt mal, was passiert ist, wenn wir uns das Ganze nochmal mit dem Julian angucken. Also nochmal von vorne. Das ist ein bisschen zeitaufwendig, ein bisschen Tüftelei, aber das führt auf jeden Fall zu einem guten Ergebnis. Hören wir mal, wo wir jetzt stehen. Fängt auch leise an. Das heißt, große Dynamik. Und der Integrated zählt jetzt langsam hoch, weil die gemittelte Lautheit des Songs ja immer mehr und mehr durch den Laufenteil jetzt hier sich addiert. Lass den Refrain mal komplett durchlaufen. Short Term sind wir schon richtig. Ungefähr bei minus 14 Lufs. Ich stoppe hier mal. Viel lauter wird der Song nicht. Jetzt kommt eine etwas leisere Passage und hinten raus natürlich nochmal ein Refrain. Das heißt, wir können jetzt hier sehen, Integrated. Also über die Zeit, die ich jetzt abgespielt habe, habe ich jetzt minus 15,6 Lufs. Also ein LU, eine Lautness Unit, ist ja ein DB. Deswegen kann ich hier auch von minus 15,6 DB sprechen. Und hoffe, dass mir keiner dafür den Kopf abreißt. Wenn ja, dann schreibt mir unten rein, warum das so ist. Wenn nicht, dann akzeptiere ich dein Schweigen als Zustimmung. Oh Gott, furchtbare Worte. Folgendes kann ich jetzt hier noch ablesen. Ich kann ablesen, dass der True Peak, dass das bei minus 0,6 DB ist. Ich möchte, dass das eigentlich bei minus 1 DB ist. Das heißt, True Peak bedeutet, oh Gott, wie kann ich dir das jetzt erklären? Das ist jetzt auch schon wieder kompliziert. Wenn die, wenn ein, ich versuche es ganz einfach. Wenn ein Song abgetastet wird, digital, dann wird er ja bei 44 Kilohertz, wird er ja pro Sekunde 44.100 Mal pro Sekunde abgetastet und ein digitaler Wert wird gespeichert. Wenn dieser Wert jetzt zufällig bei 0 DB sein sollte oder in diesem Fall bei minus 1, haben wir ja gerade beim Limiter eingestellt, bei minus 1 DB eingestellt wird. Der Limiter schneidet also bei minus 1 DB ab. Und du hast eine Kurve. Jede Welle ist ja eine Welle. Das heißt, die Kurve hört ja nicht einfach bei minus 1 DB auf. Und der nächste Wert, der ermittelt wird, ist wieder hier bei minus 1. Dann heißt es, dass die Welle trotzdem hier diesen Bogen über die 1 gemacht haben kann. Und die wird dann hinterher beim Ausspielen wieder reingerechnet. Das heißt, der Limiter schneidet zwar bei minus 1 DB ab, aber die errechnete Kurve, die wäre hier rund und würde über die minus 1 DB rausgehen. Das ist der True Peak, der echte Peak, die echte Übersteuerung über den Wert. Und ich habe eigentlich minus 1 DB beim Limiter eingestellt. Das heißt, der schneidet alles bei minus 1 DB ein. Der wahre Peak wäre aber in dem Fall bei minus 0,6, also 0,4 DB höher gewesen. Und weil ich das nicht möchte, stelle ich jetzt gleich meinen Limiter noch ein bisschen anders ein. Und zwar so, dass er auf keinen Fall über die minus 1 DB kommt. Und das hat einfach den Grund, wenn ich den Song damit ausspiele, hat er nur noch 0,6 DB Luft bis zur Nullgrenze. Und wenn der MP3-Komprimierer, mit dem ich das dann später in der MP3 komprimiere oder YouTube oder iTunes oder sonst was irgendwie ein bisschen durchtickt und ein bisschen anders rendert als andere, dann kann es passieren, dass ich da eine blöde Verzerrung kriege und die möchte ich gar nicht riskieren. Das ist viel komplizierter Krams. Was du wissen musst, ist einfach, dass die True Peaks im Idealfall nicht bei höheren Werten als minus 1 DB liegen. Also nicht 0,5, minus 0,5 oder sonst was irgendwie. Bei minus 1 sollte Schluss sein. Und dementsprechend kann ich jetzt beim Precision Limiter einstellen. Output. Wir hatten minus 0,6 True Peak. Das heißt, ich mache minus 1,5. Nehme nochmal ein halbes DB raus in der Spitze. Vielleicht reicht das schon. Und wir hatten beim Julian minus 15,6 Luft. Das heißt, wir haben bis minus 14 haben wir noch 1,6 Platz. Und ich stelle hier also jetzt nochmal 1,6 mehr ein. Macht zusammen 8,6 DB, die ich nochmal drauf packe. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Julian an und gucken mal, ob wir jetzt die True Peaks bei minus 1 DB eingefangen haben und ob wir die mittlere Lautheit des Songs bei minus 14 DB eingefangen haben. Schauen wir mal den Julian wieder an und stelle ihn nochmal hier mit dem Klick auf das X hier unten auf 0 und dann hören wir mal, was der Song jetzt macht. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen länger laufen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt und schauen, ob wir dem schon relativ nah gekommen sind. Man muss ja jetzt nicht eine Punktlandung auf 0,1 DB hin irgendwie arbeiten. Aber wenn man grob in dem Rahmen bleibt, dann ist man schon wirklich an einer guten Fahrbahn und riskiert auf keinen Fall, dass der Song dann irgendwie kaputt gerendert wird von YouTube, wenn er leiser oder lauter gemacht wird, um an das Max ranzukommen. Los geht's. Du kannst jetzt sehen, dass ich hier über die minus 14 DB gegangen bin bei Integrated. Das heißt, der Song ist insgesamt ein bisschen lauter geworden, aber weil es ja über die gesamte Strecke gerechnet wird, ich werde natürlich auch die leiseren Passagen mit reingerechnet und jetzt kommt eine leisere Passage. Deswegen lasse ich jetzt auch mal ein bisschen länger laufen. Das ist jetzt der Zwischenteil, wo mir noch der Text fehlt, aber an dem arbeite ich noch. So, und Integrated geht jetzt wieder ein bisschen runter. Ist ja klar, es wird ja gemittelt über die gesamte Zeit. Ich mache Integrated mal ein bisschen größer. Und jetzt kommt ein weiterer Refrain. Damit endet der Song im Moment. Ich arbeite ja noch dran. So, wir nähern uns dem Ende. Sorry, dass es so lange dauert, aber man muss es halt über die komplette Strecke messen. So, Stopp. Ich habe mal gestoppt und die Integrated Loofs, also die gemittelte Lautheit des Songs ist tatsächlich nah bei minus 14 DB für YouTube, also optimal. Und auch der True Peak Wert ist hier unten bei minus 0,8 rausgekommen. Da kann ich mit leben. Ich muss das wirklich nicht als Punktlandung machen. Es muss grob in dem Bereich sein, damit man nicht riskiert, dass der Wert irgendwie, dass dann hinterher der Song doch beschissener klingt, als man das eigentlich vorhatte bei den einzelnen Diensten. Wie gesagt, für YouTube, für Spotify wäre das jetzt hier einigermaßen gut getroffen mit minus 13,9, also fast minus 14 Loofs. Und, komisches Wort dieses Loofs, ich kann mich da nicht genug drüber lustig machen, sorry. Aber du hast gesehen, wie es mit dem Limiter funktioniert. Ich habe den Limiter so eingestellt, dass ich den Input so weit hochgedreht habe und die Ceiling oder den Output so eingestellt habe, dass kein Peak über minus 1 DB drüber geht. Und dementsprechend kann ich dann einfach über den Input regeln, wie laut der Song wird oder wie leise dann entsprechend. Da muss man ein bisschen Finger geschwitzen Gefühl haben. Und dann kann man einfach mit dem Julian oder mit jedem anderen Lautnismeter dann gucken, dass man die richtige Lautheit tatsächlich erwischt. Ich zeige auch nochmal kurz den von Logic hier. Der ist im Prinzip ähnlich aufgebaut. Und auch hier kann man sehen, dass hier nach Loofs gemessen wird. Und zwar M für momentan, 0,4 Sekunden werden gemessen. S für 3 Sekunden, für Short und I für Integrated über den kompletten Wert. Das heißt, auch mit diesem Lautnismeter hätte ich das durchaus machen können. Aber jetzt haben wir alle die gleiche Bedingung. Ihr habt euch alle fleißig den Julian runtergeladen. Und dementsprechend kann man damit toll messen. Ich finde das Plaket auch sehr übersichtlich, wenn ich ehrlich bin. Da kann man wirklich alles gut sehen, sauber ablesen. Und selbst wenn man, wie ich, etwas älteren Jahrgangs ist und irgendwann mal demnächst eine Brille braucht, da kann ich perfekt alles ablesen. Vielen Dank also an die Programmiere, die das umsonst zur Verfügung stellen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich hoffe, dass es nicht zu kompliziert war. Und jetzt gehen wir mal rüber zur Frage der Woche. Los geht's. Mann, 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 ist das kompliziert. Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Man muss eigentlich nur wissen, wo der Richtwert ist und wie man dann irgendwie dahin kommt, den Limiter so einzustellen, dass dieser passende Richtwert auch eingehalten wird. Aber ja, viel Erfolg auf jeden Fall beim Rumtüfteln. Und wenn du deine Songs dann entsprechend eingestellt hast, dann gibt es ja demnächst auch nicht mehr die Enttäuschung, dass du einen volllauten Song bei YouTube reinstellst und das ja dann viel leiser klingt, weil YouTube den einfach automatisch runtergeregelt hat. Oder iTunes ist dann noch radikaler als das Ganze. Kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt heute von Locki80. Und Locki fragt oder schreibt, tolles Video. Vielen Dank, Locki. Wie korrigiert man eigentlich, wie komprimiert man eigentlich Rockgitarren, um die Palm-Mutes rauszuarbeiten? Gibt es da einen anderen Trick? Einen anderen Trick? Also ich kenne zumindest den Trick, dass man vor allem beim Einspielen schon unglaublich beeinflussen kann, wie die Palm-Mutes sein können. Für alle, die es nicht wissen, die vielleicht von den Keyboards kommen oder so weiter, Palm-Mutes sind diese Geräusche, diese die man auf der stark verzehrten E-Gitarre machen kann. Die erzielt man, indem man mit dem Ballen kurz vor der Brücke hinten die Seiten leicht abdämpft, sodass sie gerade noch schwingen können und dann mit dem Plektrum volle Pulle anspielt. Da kommen dann diese Sounds raus, sehr gerne im Hardrock- oder im Metal-Bereich genommen. Und da kann man natürlich beim Einspielen schon unglaublich viel vom Sound beeinflussen. Das heißt, ein ausschlaggebender Faktor ist zum Beispiel das Plektrum. Nimmst du ein weiches Plektrum oder ein hartes Plektrum? Ich schaue mal gerade, ob ich hier zwei Stück habe, zwei Vertreter. Ich greife mal nach hinten. Ich habe hier einmal ein Plektrum, das ist wirklich sehr dehnbar. Und du kannst es vielleicht schon hören hier. Dieses Plastikgeräusch, dieses Anschlaggeräusch, was ich jetzt gerade gemacht habe, das kommt auch im Pick-up an. Das heißt, mit dem Sound von diesem Plektrum kannst du schon einen völlig anderen Sound auf der Seite generieren als hier mit diesem Plektrum. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist komplett aus Metall. Das heißt, da bewegt sich überhaupt gar nichts. Mit dem kann man volle Pulle in die Seite reinkneten. Mit diesem nicht. Mit diesem spielt man präziser, wenn man schneller ist. Mit diesem kriegt man dafür einen schmackigeren Sound. Also Plektrum-Wahl ist schon mal ganz wichtig bei Par-Mutes. Dann die Art der Verzerrung, die du wählst. Ob du es mehr verzehrst und dadurch mehr Nebengeräusche im Emp hast, aber auch einen schmatzigeren Sound. Oder ob du weniger Verzerrung hast und dadurch einen präziseren Sound hast. Das kann Einfluss auf die Par-Mutes haben. Dann kannst du zum Beispiel Par-Mutes einzeln einspielen. Aber am fetzesten kommen sie natürlich, wenn du sie sehr, sehr präzise und sauber doppelst. Das heißt, sie müssen nicht gleich sein. Sonst hört man ja im Doppeln nicht, dass es gedoppelt ist. Aber wenn du links und rechts ziemlich präzise doppelst und eine ganz leichte Schwankung hast, dann kriegst du einen mächtig fetten Sound bei deinen Par-Mutes. Das kann schon einen großen Effekt haben. Und dann in dem Zusammenhang ist auch wichtig, das betrifft jetzt den Mix, dass du nicht zu viel Bässe reinmachst. Also sowohl in den Amp-Sound nicht zu viel Bässe rein, sondern eher im Mittenbereich, so 1, 2K. Und vor allem, dass du darauf achtest, dass der Sound im Mix nicht zu fett ist. Denn alles, was untenrum drückt, mulmt dir den Bass weg. Das heißt, bei Par-Mutes, wir mögen das zwar auf der Bühne gerne, wenn der 4x12-Zoll-Box volle Pulle uns in die Magen gegen schiebt, aber im Prinzip ist das kontraproduktiv. Wir haben ja noch einen Bassspieler in der Band. Und dementsprechend achte darauf, dass bei Par-Mutes speziell der Anschlag, das Anschlaggeräusch zwar da ist, aber dass der Bassanteil in der Gitarre nicht dir den Bass wegwämmst. Das waren einige Tipps. Du kannst mit einem Kompressor, fällt mir gerade ein, mit einem Kompressor könntest du nur versuchen, den Anschlag ein bisschen rauszuarbeiten. Das Blöde ist nur, dass eine Gitarre, eine voll verzerrte Gitarre, wenig Transienten, also Anschlaggeräusch hat, weil die Verzerrung selber schon so ein bisschen wie so ein natürlicher Kompressor wirkt. Aber du könntest versuchen, mit einem Kompressor, mit einem mittleren Attack, den Anschlag ein bisschen rauszuarbeiten, mittleres Attack. Das heißt, der lässt den Anschlag durch. Dann komprimiert er so 2, 3 dB, kannst du ja mal gucken. Und wenn du das dann mit einem langsamen Release ausfäden lässt, dann kannst du vielleicht noch den Attack ein bisschen rausarbeiten. Aber ob das wirklich erfolgreich ist, das müsste ich selber nochmal ausprobieren. Mach ich auf jeden Fall. Wenn du ein Par-Mute-Experte sein solltest und es viel, viel besser weißt als ich, dann schreib es auf jeden Fall unten rein, denn da bin ich auch nochmal gespannt. Das muss ich dann wirklich auch nochmal mächtig ausarbeiten. Par-Mutes sind schon eine coole Sache, vor allem im harten Rock. Und ich stehe ja, wie du weißt, auch auf harten Rock. Oder zumindest, ja, ACDC haben auch schon viele Par-Mutes eingesetzt. In dem Sinne, übrigens an der Stelle nochmal meine traurigen Gedanken an meinen Helden Malcolm Young, der leider von uns jetzt gegangen ist. Das muss ich jetzt gerade nochmal loswerden. Malcolm, du rockst jetzt mit Jimmy da oben und lässt die Bude da oben fliegen. Also, du bist an einem besseren Ort auf jeden Fall gelandet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen nächste Woche nach diesem, ja, jetzt habe ich aber einen blöden Downer gemacht. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Zu einem weiteren Video im Recording-Blog wird es sein. Wünsche ich dir vom Guten das Beste. Mach's gut und Yasu.